Auf der SAK dreht sich für uns alles ums Wasser, Wassermanagement, das heißt Wasserversorgung, Installationssysteme. Unsere ganz klaren Themenschwerpunkte dieses Jahr sind Portfolioerweiterungen. Wir haben in der Dachinvestorin Quickstream Plus als neue Erweiterung. Wir haben im Installationssystem Tigris die Erweiterung auf 75 mm und ein komplett neues Seatec Plus Abwassersystem, das wir auf den Markt bringen. Seatec Plus, die konsequente Weiterentwicklung unseres bekannten Systems Seatec, jetzt in schwarz, noch schmutzunempfindlicher. Quickstream ist ein System für die Unterdruckdachentwässerung, wird eingesetzt bei großen Hallenbauten, um große Wassermengen von einem Dach zu entwässern. Dieses Jahr haben wir neben einem sehr breiten Produktportfolio zwei Specials. Einmal haben wir eine Kooperation mit Wacken. Wacken ist ein komplett ausverkauftes Festival. Wir haben Tickets organisieren können, um das unseren Kunden in der Verlosung zur Verfügung zu stellen. Und es gibt EM-Trikots, auch eine ganze Reihe. Ich denke, das passt dieses Jahr sehr gut zusammen, die wir mit verlosen, sodass unsere Kunden neben viel Informationen von unseren Produkten auch ein bisschen was anderes noch mehr nach Hause nehmen können. Es geht weiter. Eure Kappe. Und es geht halt. Wer hat die Sür 1-1-4. Wir werden es direkt gar nicht geht.